Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Baden! Sie ist mein Befehl zu widersetzen! Oh, weint euch das einfach nicht rum? Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Sie sind als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militärmalaraktion nur behindert! Es hat mich denen nur als Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan! Allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volk! Sie werden das Saufen in Ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus!